Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Special Edition. Wir sind hier am Grab von Jürgen und Ostengraf auf der Suche nach dem Horn von Jürgen Windhofer. Ufer, genau. Nein, bei uns passt alles. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben ja letztes Mal in dieser super tollen Wiederholungsaufnahme den Eingang soweit schon mal geräumt. Haben wir irgendwas vergessen? Die Truhe haben wir doch, glaube ich, gelootet. Ne? Ne? Doch. Haben wir hier noch zwei Dolche? Ne, ein Dolch und ein Eisenschwert. Das brauchen wir jetzt nicht. Das Brot brauchen wir auch nicht. Ich nehme fast, was war da drin. Und Traubenbaum nehmen wir mal mit. Gut. Und dann schauen wir mal, ob die das zu unten überlebt haben gegen die Trauger oder nicht. Das sieht ja tatsächlich nicht so aus. Frostpass nehmen wir mal mit. Sauberrank nehmen wir mit. Beschwererlehrling, Zombie erwecken nehmen wir mal mit. Und dann machen wir das jetzt mal auf die leise Tür. Oh, das ist so ein ruheloser. Oh nein, das ist jetzt gerade ganz ungünstig. Ja, dann machen wir mal ganz kurz eine Pause hier. Hupala, so. Gut, jetzt darf ich das wissen. Äh, uh, ich glaube, ich darf jetzt was wissen. Wir wissen gar nichts. Stirb doch. Okay. So. Telefon hat geklingelt. Bin runtergelaufen. Bin natürlich vielleicht keiner dran. Au. So. Jetzt können wir hier mal in Ruhe. Oh, da ist noch einer. Nur eine. Oh, ne, mach mal mit. Hä? Hier gucken wir uns ja erst mal um. Ja, ich passe gut auf, wie es geht. Ähm, beschädigtes Buch. Kettenhalter. Kürzenhalter. Da haben wir... Oh, ist das für ein Zweig. Die Wurzel nehmen wir mit. Da liegt noch irgendwas im Topf drinnen. Äh, das ist in einem... Ja, ne, brauche ich jetzt nicht. Leere Urne. Lerne das. Nur ohne da ist was drin. Das ist eine Urne, dass du siehst was trainieren. Ja, easy. Ähm. Und nein, ich mache mich nicht über Leute lustig, die die deutsche Grammatik nicht ganz beherrschen. Das klappt bei mir auch nicht immer. Ähm. Silberring. Zaubertrank der Heilung. Hier liegt noch was. Da liegt noch das Geheimnis von irgendwas. Wiederherstimmung, glaube ich, das wird. Das Geheimnis von Prinzessin Talara. Band 2. Das heißt, es gibt nur irgendwo Band 1. Die haben wir noch nicht gelesen. Was wiederum heißt, dass uns das Band eigentlich nichts mehr bringt, weil wir Band 2 schon gelesen haben. Hier war mal so ein Dingensstein wahrscheinlich drin, der da rausgeballert hat. Haben wir hier noch was? Oh, ne, von da kommen wir rein. Okay, da war auch einer drin. So ein, ähm, ne? Seelenstein. Äh, Speichern. Hey, hey, hey. Jetzt habe ich noch ein Klos im Hals. Ähm. Ich glatze glatt, gut. Nicht töten bitte, danke. Ich glatt. Oh, hier geht auch noch runter. Oh, Gold, 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 Gold. Gold, Gold, Gold. Nee, nehmen wir nicht. Gold, Gold. Nehmen wir nicht. Gold, Gold, Gold. Oh, hier ist noch er. Oh, hier ist noch er. Woher kommen wir denn hier hin? Hier ist noch eine geheime Tür dahinter. Das wird wahrscheinlich der Ausgang dann sein aus dem Grab. Dann gehen wir aber nochmal hier zurück. Gut. Dann suchen wir mal weiter. Sonst wäre nämlich nicht auf der Innenseite auch ein Hebel. Was willst du dann von mir? Hä? Was willst du? Schlage ich mal daneben. Da habe ich mit einem Geldbeutel. Den habe ich gerade so aus dem Unwinkel gesehen. Neh, nehm mal mit. Ist das Kluze dabei? Ein bisschen... Hallo? Ich möchte das nicht mitnehmen. Ich möchte das mitnehmen. Das Auswellen Inventar backt manchmal, glaube ich, so gefühlt ein bisschen sehr viel rum. Wieso habe ich eigentlich meine Eisenpfeiler ausgewählt? Habe ich eh nur noch zwei von. Okay. Oh, hi. Da hast du nichts dabei. Umherinnerst du den Eisenhelm brauchen wir jetzt nicht. Du hast nämlich schon einen Eisenhelm. Gut. Weiter geht es. Weiter geht es. Ähm. Ich bin schade, dass die Vasen, wenn man sie dann noch hier runterschießt, nicht kaputt gehen. Ja, da wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von der Engine. Ähm. Tö, Ruhe. Nehmen wir eigentlich mit. Hier liegt ein Zaubertrank, ein kleiner, der Heilung. Gut. Ein kleiner, dezenter Geldbeutel. Und dann gehen wir ins tiefen Gewölbe. Oh. Oh. Den Krug will ich jetzt nicht. Ist aber schön hier unten. Werden nämlich die ganzen Toten und das Ganze nur noch Ruinen und dies und jenes. Oh, okay. Lolola. Neh, mal doch die Pfeile hier. So. Schade eigentlich. Dass du sowas noch nie gesehen hast. Oh. Das war ein Sklatt. Okay. In den Lauf. Digga. Da ist nichts mehr. Gut, geh mal weiter. Ist hier irgendwo was? Irgendwer? Nein. Gut. Jetzt sollte man sich hier natürlich nur nicht verlaufen. Das ist mir nämlich schon öfters mal hier passiert. Oh. Ja, da war eine Falle. Warte mal, man konnte mal genau erkennen, was Falle ist und was nicht. Oh, shit, warum erkennt man das nochmal? Oh, da dran. Oh, nehm, dunklen. Okay. Das geht ab. So. Ne, ich wollte jetzt nur teilen. Oh, meine Zeit mit Umschaltern zu laufen. Weil so blöd war die zu aktivieren gerade. Ja, Stufenaufstieg haben wir hier unten und was. Wir lassen uns ja immer so ein bisschen Zeit jetzt, wenn wir hier mal durch ein neues Dungeon gehen. Und nicht wie letztes Mal einfach nur durchrushen, weil ich bin überall gewesen. Ich glaube, ich habe da auch nicht die Hälfte übersehen dabei. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir nicht mit. Ich müsste die beiden 200 ja auch mal verbessern. Ich will mich ja generell ein bisschen mit dem Spielmechanics auseinandersetzen. Das habe ich nämlich bis jetzt noch nicht so sehr gemacht. Ja, ja, ich weiß, dass der jetzt kommt. Oh, das ist sogar so einer. Dann mache ich einfach mal das. So, haben wir hier irgendwas, was von Wert wäre. Zisch verschiedene Käsesorten. Sind jetzt noch nicht von Wert. Lavendel nehmen wir mit. Grill dann auch nehmen wir nicht mit. Violette Bergblumen nehmen wir mit. Ja, das war's auch schon. Dann nehmen wir dein Gold mit. Das brauchst du jetzt eh nicht mehr. Das Weizen nehmen wir mal mit. Da ist eine Strin. Darauf geht es. F5. Da liegt ein Eisener Dolch. Den brauche ich jetzt nicht. Gut, haben wir hier irgendwas liegen? Das ist natürlich immer die Hauptfrage. Liegt hier irgendetwas rum, was man gebrauchen kann? Mhm, mhm. Mhm. Wieso kann ich das anzünden? Wieso? Ah, ihr kommt da raus, gescheißert. Ok, shabu. Oh man, Ria, passt doch mal auf. Ich wollte das jetzt anzünden. Jetzt kommen wir da raus. Ria. Ria, komm mal hierher. Ja. Das ist mir noch so viel einfacher. Warum muss man da reinrennen? Ähm. Ähm. Ja, hier liegt noch einer. Hat auch nichts Tolles dabei. Gut, gucken wir mal gerade, wo es hier links geht. Kann das sein, dass es hier der richtige Weg ist? Trollschädel nehmen wir jetzt mal nicht mit. Der wiegt mir ein bisschen zu viel. Und ich glaube, damit kann ich nichts wirklich anfangen. Wir speichern hier einfach mal nochmal. Und dann gehen wir mal in die Richtung hier gucken. Ah, hier ist noch einer. Wir speichern das Ganze mal. Dann gehen wir mal hier rein. Ein Dwemer-Dolch. Na, nee. Jetzt mal gerade nicht. Die ganze Fallen hier in diesem Raum. Ah, da kann ich mal zumachen hinter mir. Okay. Warum, warum ich das tun sollte. Nehme ich, nehme ich, nehme ich auch. So, gut. Dann gehen wir jetzt weiter. L 방법 ist jetzt hier. Der erste Folge ist schon mal nur mit Juten verbracht. Auch schön. Wer zuerst zielt, schießt zuerst. Okay, nicht unbedingt, aber... Also rein logisch gesehen, hätte er mich auch abgeschossen. Wie komme ich eigentlich da rein? Da würde ich nämlich gerne auch mal hinkommen. Oder kam ich noch nie hin? Was ist eigentlich mit dir? Nix mehr, okay. Okay, ähm... Komm ich da vielleicht? Nein. Gut, dann lassen wir das auch mal soweit. Jetzt eine Viertelstunde rum experimentieren möchte ich nämlich auch nicht. Und was liegt jetzt hier hinten die ganze Zeit drauf? Da liegt ein Trauger drauf, ein Toter. Ähm, nein, das war jetzt falsch. Ich will weder die alte Nordkriegs-Axt noch möchte ich das alte Schiff von ihm. Mir geht das Geräusch nämlich ziemlich auf dem Zeiger. Hier ist nur ein Tron. So, dann können wir hier wieder drühen Tor gehen. Und bitte nicht drehen über die Flammenfelder, das wäre super. Das Kletterstuhl suchen. Oh, nehmen wir die Pfeile mit. Ähm, vielleicht komme ich von irgendwo da hinten rein, ran, keine Ahnung. Oh, da liegt, da steht ein Magiker dran. Der zusätzlichen Magiker nehme ich. Skelet. Den Tor muss ich mich jetzt nicht unbedingt setzen. Ich würde dann hier mal das, dann gucken wir mal, was hast du noch dabei? Du hast auch nichts dabei. Oh, dann geht's weiter. Ausgesetzt, ich finde den Weg, der weitergeht. Okay, da geht's runter, da ist Wort der Macht. Das ist eine Brücke, da geht's glaube ich weiter. Also gehen wir erstmal nach unten. Wenn ich von hier bin, würde ich dieses Wort der Macht gerne mitnehmen. Ich meine, warum nicht? So. Ähm. Ah ja, da schmeißt du, das regnet jetzt nur oben rein. Ähm. So, jetzt habe ich nicht mitbekommen, was für ein Wort ich gelernt habe. Ich war gerade abgelenkt von was anderem. Ähm. Dahinschwinden wahrscheinlich. Von ätherischer Gestalt. Das Turm greift die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden noch jemanden verletzten. Feueratmen würde ich gerne mal lernen. So. Zaubererang der pflichtigen Unsichtbarkeit gefunden. Auch gut. Verwende ich zwar nie, aber... Auch gut. Ähm. Kuratum. Kuratum. Erz. Nö. Ähm. Wohl! Jetzt stellenweise schneller als Sprün. Und ich brauche es jetzt eh. Oh, das hier ist wärzend. So, da hat es ausgeknirscht. Okay, machen wir uns bereit. Ja, toll. Und wieder das Gletschaden bekommen. Ja, Ria. So, wir können das jetzt mal wegstecken, die Waffen. Ja, Ria. Okay, versuch nochmal zwei. Ich könnte einmal, zweimal sprinten. Ich weiß nicht, wieso. Okay, man muss halt im richtigen Moment... Boah, was soll denn das? Dass du da einfach direkt geblockt wirst. Ja, nein. Da ist schon wieder zwei Marken gesetzt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Egal, ich bin durch. Speichern. Äh, ich auch nicht. Wir sehen nämlich hier nichts, was schwarzes. Okay, Glück gehabt. Und bitte, ich sehe nicht welches... Ja, toll, Ripp. Ah doch, hier sieht man es. Oh, hi. Hallöchen. Ach, ich bin... Hasse, ey. Ich spiele die Pest. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, ne? Sind wir ja auch schnell durch diesen Weg gekommen. Schnell als gedacht. Hier ist alles Feuer. Ähm. Vielleicht, ich werde jetzt hier mal mit der Tür aufhauen. Hallöchen, der Kammerjäger ist da. Holztür öffnen. Zugriff los. Jungens, wir machen dort. Ähm. Speichern. Dach am Blut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend. Er mietet das Dachzimmer im Gasthaus schlaffende Riesenflusswald. Und ich werde euch treffen. Ein Freund. Das war jetzt alles für ein Stück Papier. Hallo, Drauger. Habt ihr nicht irgendwie was Sinnvolles? Was, was man... Nein? Nein, okay, dann nicht. Noch was, was man noch mitnehmen könnte. Begreppens Urne. Zauber der Heilung. Nehmer. Hier nehmen wir alles. Sorry, ich bin da gerade total blind einfach nur aufs Geld gelaufen. So, haben wir noch irgendwas anderes? Leer. Begreppens Urne. Nehmen. Urne. Nehmen. Mh... Leer. 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 Auch leer. Nicht leer. Zwergenstiefel der Raustau. Gebt mir mehr Rüstung. Zieh mal an. Hölz am Schienen brauche ich jetzt nicht. Neue Stufe erstmal. Ähm... Magiker. Schießkunst langt noch nicht. Einhähnig hat gar noch nicht. Zweihähnig blocken machen wir eh nicht. Blocken brauche ich auch nicht. Schwere Rüstung. Gut ausgestattet. Was ist das da? Was ist das da? Okay. Wer wird der, wer wird der, wer wird der. Schalte Fäuste. Unbehoffnete Angriffen mit schwerem Panzerhandschuhen. Wir wirken zusätzlichen Schaden. Äh. Gut, er bringt mir also... Nein, gar nichts. Irgendwas. Ähm, blocken. Mann. Dann gucken wir, ob ich in einhähnig irgendwas verpessern kann. Eingriff mit zwei Waffen sind bis zu 35 Prozent steiler. Das klingt doch plausibel. Ähm. Ah ja, ich wollte genau, ich wollte die Schuhe anziehen. Ähm, Wahlbekleidung. Wahlbekleidung. Nein. Das war falsch. Bekleidung. Anziehen. So, guck mal. Dann kannst du nämlich... Bin immer noch da. Ja, ich möchte in die Dinge mit euch tausen. Was soll ich nehmen? Nimm doch mal bitte... ...von meiner Bekleidung... ...das hier. Waffenmäßig habe ich eigentlich nicht... Wieso benutze ich den? Ah ne, ich benutze den Alkohol. Genau. Ja, nimm den trotzdem mal gerade. So. Ja, dann kannst du dich ja auch nochmal nehmen. Jo. Gut, das war's doch alles schon. Dankeschön. Mitkommen. Jo. Auf jeden Fall dann mal los. Ähm. Wusten, genau. Ne? Ne? Was hört mir das, als da eine Truhe davor steht? Oh. Okay. Werte verloren. Hier steht aber eine Truhe. Hä, war ich in diesem Raum nicht drin? Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Hauptsache mal reingeguckt. Ähm. Das nehmen wir mit. Aber wenn... Da musst du doch in dem anderen Raum... Musst du doch irgendwie weitergehen. Ja, toll. Den finde ich jetzt noch nicht mehr, oder? Ne, egal. Dann gehen wir halt zurück. Wir müssen ja jetzt nach Flusswald und dort dann mit meinem Freund Louis Tust zu reden. Ich frage mich, wo ähm... Ja, ist toll eigentlich, finde ich das jetzt. Automatisches Beischauen. Ja, das ist ja schon mal gut. Wir werden jetzt... Landkarte, bitte. Dankeschön. Das müsste ich ja eigentlich ab... Ich habe es nicht abgeschlossen. Ich hätte nicht erst, wenn ich das Horn von Jürgen Windrufer habe. Äh. 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 Dann mieten wir mal das Dachzimmer. Oh, Alter. Ich sehe ja gar nichts. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Nein. Jetzt kommt der Scheiß auch schon hier hin. Ich möchte das noch nicht. Ich speichere hier mal kurz ab. Ja, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, hi. Ja, ich habe gesagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Ja, das kann gut sein. Wenn ihr jetzt hier reinkommt, ist was los. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Ihr seid dieser Gast und habt ihr herumgeschnüffelt. Äh. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Genau, das bin ich. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Ja, warte du mal bitte kurz hier. Ich gebe euch Deckung. Geht nur. Dankeschön. Äh. Tür schließen. Oh Mann. Da sind die Schlüssel davor. Schließ die Tür. Ach so, selber. Da liegt Geld. Hier liegt Geld. Geld, 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 Geld. Schneebeerenpelz darf ich nicht nehmen, aber ich darf mir das Gold nehmen. What the fuck? Ja, Niedergang. Da steht nichts drin. Äh, ich soll die Tür schließen, ne? Zack. Falsch, Rücken, Rücken, schließen. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Ja, wenn sie meint. Äh, wieder mein Zug. Ähm. Ja, dann rede. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch überhaupt hierher zu kommen. Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmur wart. Mhm. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ganz toll. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot. Vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das Gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte ihr Recht und ich Unrecht. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Genau. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Ja, und wenn nicht, kriege ich halt keine Informationen mehr von dir. Das ist schön. Genau. Das liegt aber da. Ne, hier. Da ungefähr liegt es. Da ist nämlich, ähm... Oh, hier heißt die Stadt nochmal. Ja, lassen wir uns die doch enttöten können. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Geht mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Ich komme nicht mehr drauf. Wie heißt das? Landgrad. Ja, da gehen wir erstmal noch vorhin. Ja. Windhelm. So. Ja, wir reisen schnell zum Gefangenenfelsen. Aber erstmal geht es nach Hotcar. Lernen noch Fusro da. Also das da. Fertig. Dann geht es zurück zu... Ach, warte mal. Wir können uns ja ausrüsten. Ja, ja. Dann mach du das schon mal. Aufstieg und Fall, der Kling... Ja, verpasser unbekannt wahrscheinlich, äh... Ja, wie heißt sie? Delfin. Ich bin auf Reisen. Ihr übernimmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja, gute Reise. Wir brechen auf. Jo. Gehen wir. Du folgst mir. Und ich beende jetzt an dieser Stelle die Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. 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 Ja, va.